Objekt des Monats. Das Elsthalmuseum gewährt spannende Einblicke in seine Sammlung. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise in das ehemalige Hotel St. Margareta mit seinen beiden Hausangestellten Therese und Gustav. Ja Therese, um Gottes Wille, was hast denn du da oben? Ha, Ei? Und guck mal, was für ein schönes. Weißt du, ich hab gedacht, unsere Ostereier, die du nicht doch immer mit der Speckschwarte polieren, dann glänzen sie so schön. Und dann könnte ich doch jetzt da die Perlen auch ein wenig polieren. Was meinst du, wie die funkeln? Um Gottes Wille, das ist doch ein Kunstei. Ja, das ist künstlich. Nein, das ist künstlerisch, das Ei. Ach so. Das ist doch aus der berühmten Sammlung Blumspicker. Ah, aus Seller mit den über 1000 Eiern. Und da sind ganz verschiedene dabei. Nicht bloß Hühnereier, auch Schwaneneier und Gänse-Eier und alles Mögliche. Und alle sind sie von Künstlern gestanden. Genau. Und das war ein ganz besonderer Künstler. Das ist der Helmut Meister. Jesus, nein, ja. Ah ja, da hast du bei Gott recht. Dann kann ich da nicht mit den Schwarten tragen. Aber jetzt guck doch mal an, wie schön das ist. Du, ich glaub, der heißt nicht nur Meister. Das ist ein Meister. Die Ostereier-Sammlung von Helen Blumspicker gelangte 2010 als Schenkung ins Elstheim-Museum. Helen Blumspicker leitete viele Jahre das Kreismuseum in Zons in Nordrhein-Westfalen und war eine passionierte Sammlerin von kunstvollen Ostereiern. Die Sammlung umfasst über 1000 Eier. Zum Beispiel von verschiedenen Vogelarten, aber auch aus Holz, Stroh oder Keramik. Insgesamt sind 113 Künstler aus Deutschland, Europa und der Welt vertreten, die aus den Eiern durch die Anwendung unterschiedlichster künstlerischer Techniken spektakuläre Kunstwerke formten. Neben der klassischen Malerei finden sich unter anderem Zinn- und Holzenthasien sowie Fräs-, Bohr- und Ätz-Techniken. Beim hier vorgestellten Ei handelt es sich um ein Schwanenei mit Perlapplikationen, welches von Helmut Meister aus Deutschland gestaltet wurde. Untertitelung des ZDF, 2020